Comins Menapi ist ein ehemaliger salomonischer Fußballspieler, der aktuell den Verein Western United in der salomonischen 1. Liga als Trainer betreut. Menapi gilt als einer der bekanntesten ehemaligen Nationalspieler der Salomonen. Karriere In den Jahren von 1998 bis 1999 spielte der Stürmer beim Marist FC in seinem Heimatland, 1999 wechselte er zu Nelsons Abhörbs in Neuseeland. 2000 bis 2004 war er bei Sydney United unter Vertrag und spielte in der australischen A-League 66 Mal, wobei er 19 Tore erzielte. 2005 spielte er für St. George Sands und wechselte anschließend für ein Jahr zu Young Hatma Nawatu. Von 2007 bis 2008 spielte er bei Waitaka United. Im Finale des UFC Champions Cups war er der erste Spieler, der vom Platz gestellt wurde in der Geschichte des Wettbewerbes. Für die salomonische Fußballnationalmannschaft gab Menapi sein Debüt 2000. Er war Mitglied der erfolgreichsten Nationalmannschaft der Salomonen, die bei der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 erstmals in die Relegationsrunde gegen Australien einziehen konnte. Außerdem erzielte er beim historischen 2 zu 2 Unentschieden gegen Australien beide Tore. Insgesamt bestritt Menapi 37 Länderspiele und erzielte dabei 34 Treffer. Damit ist er Rekord-Torschütze seines Landes. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn begann er seine Trainerkarriere im Jahr 2014 bei Western United. Erfolge 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 Erfolge